Es ist mal wieder soweit. Es vergeht keine Version ohne einen Duplication Glitch, auch hier in der 1.19 haben wir was. Ich werde das mal ganz kurz zeigen, was abgeht. Ihr könnt wieder unlimitiert Item klonen mit diesem einen, aber feinen Trick. Alles dazu weitere noch für die Version, ja, war BadRocket EC, seht ihr gleich im Anschluss, aber wir legen erstmal los. Ich zeige, wie es geht, weil das ist auch ganz nett mit anzuschauen. Heute ein bisschen kürzeres Video, reicht ja, um das einigermaßen zügig zu erklären. Und da, Biene will doch nicht durchs Portal, aber doch, sie will durchs Portal. Gut, und sie weist uns auch den Weg, denn ich zeige mal, was wir dafür brauchen. Der Duplication Glitch funktioniert mit ganzen Schalkerboxen. Ihr könnt also beliebige Items hineinlegen. Ich nehme jetzt einfach mal Diamantblöcke, einen Stack. Ich packe das hier rein, lege das einfach mal in die Mitte und das Coole ist im Game-Boot, wenn wir eine Schalkerbox abbauen, dann droppt die auch. Also ihr seht jetzt hier, ich habe an dieser Stelle eine Schalkerbox, da sind 64 Blöcke von Diamanten drin. Gut, der Witz, um das Ding einmal zu duplizieren ist, wir müssen es manuell erstmal duplizieren. Wir brauchen nämlich zwei Schalkerboxen mit dem identischen Inhalt. Gesagt, getan. Und schon habe ich zwei Schalkerboxen, wo jeweils ein Block Diamanten drin ist. Im Zweifel geht das natürlich ein bisschen anders, müsst halt klein anfangen, immer hoch und hoch und hoch. Nochmal Leute, Duplication Glitches sind am besten nicht für Server geeignet, auf denen das nicht erlaubt ist. Ich zeige das gerne aus Spaß und was in Minecraft möglich ist. Fällt so ein bisschen unter Minecraft News, Dinge, die du nicht wusstest und cool Stuff und deswegen machen wir dazu Videos. Aber macht das nicht auf Servern, wo das Leute nicht so cool finden. Als nächstes brauchen wir folgendes. Wir brauchen ein A oder genauer gesagt Allay. Und wenn wir A eingeben, kriegt man auch das Allay-Spawn-Eye. Deswegen, ich hole mir einfach mal ein Stack davon gerade raus, damit ich das wiederholt beweisen kann, dass es funktioniert. Und jetzt machen wir noch eine weitere Sache. Zu jedem Rezept fürs Item Duplizieren brauchen wir Redstone. Und dazu gehe ich in den Ob, hier in diesen Reiter rein. Wir brauchen zwei Observer und wir brauchen einen Notenblock. Das heißt, meine Damen und Herren, bauen Sie mir bitte nach. Wir haben ein Nether-Portal. Ich gehe auch mal ganz kurz rein. Ihr solltet beide Seiten einmal geladen haben. Witzigerweise habe ich mal wieder die beste Stelle gefunden, wo ich hätte landen können. Nämlich über einem Lavasee. Aber ich habe mit Obsidian, wie ihr sehen könnt, mir so eine kleine Plattform gebaut. Sieht von oben aus wie... Ich habe das nur zum Abmessen gemacht. Ein bisschen geriffelt. Aber das ist egal. Das reicht vollkommen aus. Und dann gehe ich mal wieder hier rein. So. Dann bauen wir eine ganz kleine Sache mit den Redstone-Sachen auf. Und zwar machen wir mal einen Notenblock. Dann kommt hinter den Notenblock ein Observer. Und dann mache ich hier einen Observer. Und dann werdet ihr gleich schon den Sound des Duplication-Glitches hören. Bing, bing, bing. Und so weiter und so fort. Aber das ist richtig und wichtig. Das darf ruhig so laufen, wenn es euch nervt. Macht einfach die Musik hier oben so ein bisschen runter. Ich habe immer so 30%. Aber damit ihr wisst, dass es losgeht. So. Natürlich habt ihr im Survival-Mode kein LA-Spawn-Ei. Ihr braucht einfach nur einen LA, was ihr beispielsweise hier hinter dem Portal in den Raum einsperrt. Das sollte nicht von allein jetzt hier durchfliegen. Vielleicht könnt ihr da eine Tür machen oder so, damit das da nicht durchkommt. Das soll erst losfliegen, wenn gleich etwas passiert. Und ich werde das natürlich auch im Survival-Mode machen, nicht im Creative-Mode, damit ihr gleich alle seht, was abgeht. Wir tun jetzt mal so, als wäre dort ein Elay drin, was wir auf Knopfdruck loslassen können. Und das würde dann versuchen, zu Schalker-Box Nummer 1 zu fliegen. Wir positionieren diese hier kurz vor dem Nether-Portal auf dem Boden liegend. Das geht am besten, wenn ihr einmal mit einem Droppen das gegen diese Obsidian-Wand hier schmeißt. Ja, so. Und dann gehe ich einmal wieder durch. Im Survival-Mode natürlich jetzt. Und dann werde ich nicht instant geportet. Ihr seht, dort unten liegt eine Schalker-Box. Und die äquivalent gleiche Schalker-Box, die nehme ich jetzt einfach mal und gebe sie einem Elay in die Hand. Was ihr jetzt hier bei Knopfdruck rauslasst. Ich mache es mal zu den Translationszwecken mit einem Spawn-Ei. Hallo Elay. So, ich gebe dir das mal ganz kurz hier in die Hand. Hallo, komm her. Das Elay wird die andere Schalker-Box suchen und fliegt auf sie zu. Und wenn sie verschwunden ist, was ihr sehen könnt, was sie gerade ist, dann hat es funktioniert. Dann gehe ich mal hier rein. Guten Tag, wir gehen in den Nether. Und dann sammle ich etwas ein. Nämlich, hier liegen zwei Schalker-Boxen. Ha, da ist die zweite. Gesehen, an der Ecke. Und da haben wir unsere beiden Stecke-Diamant-Blöcke wieder zurück. Weil in jeder Schalker-Box ist einmal das Ding drin. Und jetzt seht ihr, wo eventuell noch eine weitere Geschichte hängen könnte. Das Elay hat auch noch eine Schalker-Box in der Hand. Nämlich die dritte Schalker-Box. Und dort haben wir auch nochmal jeweils stackweise Diab-Blöcke drin. Das Ganze funktioniert einwandfrei. Probiert es aus. Allerdings, jetzt bitte festhalten, nur für die Java-Version. Und für die 1.19 selbstverständlich, wo die Elays dazugekommen sind. Aber, mich hat es auch auf dem kalten Fuß erwischt. Ich dachte, es wäre für die 1.19.2 oder 1.19.3. Da habe ich mich dumm und dämlich probiert. Da geht es nicht mehr. Aber sofern ihr einen Server auf der 1.19 habt, sollte es aber noch funktionieren. Mehr Duplication-Glitches. Andere gibt es übrigens auch noch auf meinem Kanal. Es gibt für die 1.16 noch was Nettes ein. Damals konnte man Baby-Pick-Lins ebenfalls Schalker-Boxen geben. Und die Dupen so ein paar verrückte Sachen. Das waren so um die 1.16 rum erschienen. TNT und so weiter und so fort. Es gibt noch jede Menge Stuff. Findet ihr auf dem Kanal alles aufgearbeitet. Vielleicht in den Playlists drin. Tutorials. Ich habe 8.000 Videos online. Jede Menge Stuff zum Durchgucken. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Like für die YouTube-Algorithmus nicht vergessen. Kanal auch jedenfalls, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, alles klar. Und ciao, ciao. Bis dann, alles klar.